Hallo und herzlich willkommen zurück zu Battlefield 4. Hoffentlich kriegen wir das jetzt mal besser hin als vorher. Was haben wir da? Schönes Waffelchen. So. Das machen wir mal hier ein bisschen... Finde ich scheiße, dass wir immer noch dasselbe... Scharfschützengewehr. Scharfschützengewehr ist halt gut, das werde ich nicht unbedingt hergeben. Schrot finden. Die sind halt sehr gut für Hüftfeuer. Ich glaube... Die kenne ich aus GTA 5. Die nehme ich mit. Muss man jetzt... Ich bin gerade so verpeilt. Hä? Wie ist die... Hä? Wie ist die da durchgekommen? Man kratzt mir doch die Eier. So ein Scheißdreck. Funden. Jetzt ist der Feuerwehr... Ach, leck mich doch. Mach das. Mach das. So. Anderes Visier drauf. Squat kill. Tricksack. Geht mir auf die Eier ohne Ende. Geht mir auf die Eier ohne Ende. Chill. Warum auf einmal so viele, bitte? Kann nicht erstmal einer vorkommen? Nein, da kommen immer gleich 70 Leute um die Ecke gescheißert. Zum Spasten. Ich glaube auch, ich renne immer öfter, äh, zu oft vor. Können wir das sehen? Hm? Ich bin gereizt. Alles klar. Wir müssen jetzt direkt über der Stelle für die Primärladung sein. Das ist gut. Ah, doch, Aufzug. Hey, Rack. Wir haben... Das muss ich dir lassen, Hannah. Du hast eine Ahnung, ne? Personenschutzagenten sind normalerweise nicht so fett erfahren. Mir bleibt nichts anderes übrig. Ach, komm schon. Da steckt mehr dahinter, als dass du mit dem Rücken zur Wand stehst. Du hast aus. Okay, ich weiß. Mir sagst du eh nichts. Entschuldige. Alte Gewohnheiten sterben langsam. Oh, ich verstehe. Ich war nicht immer in Jinjahs Sicherheitsteam. Ich hab mich freiwillig gemeldet und wurde versetzt. Wann wochen? Netter Versuch, Irish. Gönn mir auch ein paar Geheimnisse. Du würdest mir auch nicht alles über Tombstone erzählen. Das stimmt. Chang ist unser Feind. Und wir sind auf derselben Seite. Aber wenn das alles vorbei ist, wir gewonnen haben, wovon ich ausgehe, wird China mich brauchen. Ich darf nicht vergessen, wer ich bin und woher ich komme. Ich verstehe nicht. Shit. Was zum Teufel. Der Strom. Sie haben den Strom abgestellt. So, was nehmen wir denn noch mit? Ich glaube, hier nützt uns das Scharfschütze nicht wirklich viel. Ich glaube, wir setzen hier eher auf die Schrot. Die UTMS. Mit der war ich eigentlich jetzt recht zufrieden. Schade, der hätte man mit einem Schuss schön durchsnipern können. Wow. Man, da hätte man einfach nur mit der Sniper einmal durchgehen können. Wow. Das war knapp. Oh, fuck. Geil. Wow. Jetzt hat der Arsch mich darunter geschubst. Ich glaube, es hat. Da schubst der Wichser mich darunter. Jetzt mache ich aber folgendes. Pass mal auf. Wir nehmen zwar die mit, ja? Wir bleiben jetzt mal so. Wir machen jetzt einfach mal folgendes. Okay. Moment. Okay. Der erste Sprengsatz ist Scharf. schade dass da nicht noch mehr kommt gut das hat man sekundär die UDMS so war das genau Dankeschön hier gibt es wenigstens noch Lob bei der hier gibt es halt wenigstens noch Lob in der heutigen Arbeitswelt sagt hier keiner mal danke oder so so jetzt warte ich bis beide lauf einfach so der ist Geschichte wir wissen ja dass Irish ein bisschen Höhenangst hat ein Schniper wow ich glaube jetzt ist es besser auf Einzelschuss zu gehen come on Sniper ist zuerst dran das gibt's doch nicht wow chill alter ach nee da hab ich schon dreimal Feuer erwischt wow ich zerstöre den Damm wo soll ich irgendwas machen glaube nicht hoch oder runter nachladen jetzt also ich glaube da sollte ich nicht lang ne ich war mir unsicher Gott ich bin so durch wie der gefallen ist kastriert auf doch oh da bin ich doch vorhin auch lang gesprungen hä ach leck mich doch am Sack ey Mann ich hasse das an solchen Stellen genau das was du machen willst passiert nie yeah yeah fresse maul bin gereizt los mach das hoch kommt ihr lahm hinten Mann ey das war wie Alkohol so spring mal an die Leiter achs schau an leck mich doch ey Kackdreck ich hab schon gedacht der ist runter geflogen nicht glitschen nicht glitschen komm so los beweg dich oh geht's nicht lang wow zack jawoll 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 oh oh Leute ich glaube sieht schon geil aus sieht schon geil aus nein nein ich glaube uuuuuh dass man das überlebt ist dermaßen unlogisch aber ok wir sind bald gefehlt ach ja ach ja Wir haben Wrecker gefunden. Du hast das Faustdick hinter den Ohren. Ich musste Irish rausziehen. Das werden wir nie wieder erwähnt, Hannah. Er hatte großes Glück. Deshalb nennt man dich wohl Irish. Schön wär's. Gehen wir, Wrecker. Na los, Wrecker. Es wird Zeit zu verschwinden. Auf geht's, Wreck. Komm los. Ist das Greenland? Ich nehm's an. Sie schuldet uns doch ne Spritztour. Ja, unsere. Ich hoffe nur, Jinji ist in Sicherheit. Na, ich glaub doch. Äh, da. Come on. Come down, Bitch. Die Karre ist weg, stimmt? Ihr gottverdabbt lausigen Nachkommen eines räudigen Bettvorlegers. Arschgeleckte, ich würde euch eigenhändig erwürgen, wenn ich denn könnte. Sehr gut, Wrecker. Russische Flugabwehr ist ausgeschaltet. Die Luftbrücke wieder auf. Vater, wie kommen wir hier weg? Ich kümmere mich drum. Ihr braucht einen Transport nach Westen? Seid in zwei Minuten abholbereit. Tic-Tac, ihr Lappen. Bewegung. Wir glauben, die USS Valkyrie will zum Suezkanal. Keine Sorge, ihr kommt nach Suez. Und wenn euer Schiff da ist, braucht es volle Unterstützung. Was zum Trottler redest du da? Pass auf, was du sagst, Junge. Wie jetzt? Geil. Ach, schön. Aua. Danke, Origin. Aua. Fuck. Das war laut. Gatekeeper, ihr Fortress, bitte wiederholen. Kontakt bricht ab. Over. Die Chinesen kontrollieren den Kanal nördlich des Tinsers. Nicht in den Kapitel ein. Sie anpassen. Leck mich am Arsch. Sir, ich kann es mit dem Morse-Code probieren. Das müsste klappen. Keine Zeit. Die Zerstörer hinter uns werden nicht anhalten und warten. So vieles, Sir? Sie schalten Radar so nah und jeden einzelnen Scanner an, den wir haben. Ich will wissen, in welche Scheiße wir geraten. Wir sehen uns nochmal in den nächsten Folgen. Tschüss. So, was siehst du hier? Du siehst hier die Endcard von meinen Videos. Unter den ganzen Titeln bin ich erreichbar. Auf YouTube, Facebook, Twitter, Google Plus oder Skype bin ich auch erreichbar. Schreib mir PNs oder sowas, was du gut findest, was nicht. Liken, abonnieren, irgendwas. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Freut mich, wenn du wieder dabei wärst.